Hallo, da bin ich wieder. Heute singen wir zusammen das Handballlied. Handball ist prima. Hast du alles eingepackt, was du zum Training brauchst? Trainingsanzug, T-Shirt, Hose und den Handball auch. Heute ist der Fallwurf dran, da freu ich mich schon drauf. Und wenn ich den erst richtig kann, knall ich nicht mehr auf den Bauch. So lernen wir an jedem Tag ne ganze Menge mehr. Und beim nächsten Handballspiel, da fällt's uns gar nicht schwer. Handball ist prima. Handball ist prima. Schaut euch mal den Alex an, wie toll er Handball spielen kann. Wie prima. Wie prima. Wie toll und prima Alex spielen kann. Handball ist prima. Handball ist prima. Schaut euch mal den Alex an, wie toll er Handball spielen kann. Wie prima. Wie prima. Wie toll und prima Alex spielen kann. Unser Trainer Ballermann, der steht am Spielfeldrand, die Trillerpfeife um den Hals an einem roten Band. Auf einmal macht der Ballermann zwei dicke Kugelbacken. Und ihr prüftet in die Pfeife rein, dass alle Wände wackeln. Wollt ihr wohl mal etwas schneller über Spielfeld rennen. Oder wollt ihr euer Spiel im Winterschlauern, oder wollt ihr euer Spielfeld im Winterschlaf verpennen. Wie prima. Wie prima. Wie prima. Wie toll und prima Lena spielen kann. Handball ist prima. Handball ist prima. Schaut euch mal die Lena an, wie toll die Lena spielen kann. Schaut euch mal die Lena. Untertitelung des ZDF, 2020